Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin SalpPsycho und ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Folge von The Quarry. Im zweiten Video haben bereits ein paar der Personen, ein paar der Kinder, der Aufseher, whatever, kennengelernt. Und in diesem Video werden wir noch ein paar kennen. Ich wünsche euch viel Spaß. Das schaut euch einfach mal an, wie das aussieht. Und vor allem diese kranke Eichen in der Mitte. Also diese krasse Eichen, nicht krank, krank. Hä? Was ist denn da? Zeichnet nicht schlecht. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High-five, hopp, hopp. Ja, Quicktime beim High-Five. Oh Mann. Du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser Mosketo-verseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Normalerweise nehme ich hier einmal einen anderen Weg, aber ich will da rein. Deswegen, wir lassen jetzt nicht die Tasche da. Ja? Wir schauen mal, vielleicht kann man ja, vielleicht ist das Schloss ja ein bisschen lose oder sowas. Oder wir schauen mal. Deine Tütze. Hör mal. Tatsächlich, die sind da so leicht reingekommen. Musst nicht reinbrechen. Ergegenpusten können. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir kehren hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur nochmal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Das finde ich aber auch geil. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, Taschen da lassen. Hallo, die fahren jetzt und kommen erst nächsten Sommer wieder. Und die hätten einfach die Gepäck da gelassen. So, hm, scheiß drauf. Ist doch klar, dass wir da dann mal so vielleicht... So, ganz leicht gegen die Tür treten und dann geht sie aus ihnen auf. Und ich schau mal, das Schloss ist auch noch in Ordnung. Also, ne? Alles ist gut. Wer ist klein Izzy? Ich hab keine Ahnung. Richtig gruseliger Hase. Richtig gruseliger Hase. Wir nehmen ihn mit. Wer ist denn Izzy? Izzy, Izzy, ich überlehr gerade, aber keiner von dir da ist Izzy. Also wir nehmen ihn mit. Izzy wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit wieder zurückkommen. Denken, shit, ich hab meinen Hase vergessen. Fährt dann dahin. Hase gone. Izzy. Was haben wir hier? Frickshow. Schlagzeilenschnipsel. Okay. Diese Steuerung. Wenn die ganze Zeit die Kamera umschwenkt. Für noch Holzbetten. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Als ob du jetzt so viel Matratzensport hastest bei dem. Ich hab nichts gesagt. Tja, wenn die Federung beschissen ist, muss man halt noch selber was machen. Okay, hier ist nichts. Weg. Warum ob wir hier irgendwo noch was haben? Nicht, dass sie irgendwo doch mal in zwei Taschen rumstehen oder sowas. Alter. Die bremsen alle immer ab, bevor sie eine Treppe hochgehen. Was ist denn los mit denen? Okay, da haben wir was und da ist. Hey, lass das sein. Ach. Der arme Rabe, der hat doch gar nichts gemacht. Ich hab doch nur ein bisschen Musik gemacht. Was ist hier? Achso, das ist so ein... Der Radio... Power. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Was ist das? Oh mein Gott. Das ist ein Stein. Wow. Das sah irgendwie aus der Ferne krasser aus. Dann haben wir hier noch was. Sie hat einen Schimpudi. Ich hab nichts gesagt. Wie sie sich bewegen. Ja, das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ah. Das ist eine schaurige Musik oder Melodie und sie starrt auf das Fenster. Crazy. Und was macht hier so eine verlorene Bank? Das macht gar keinen Sinn. Aber gut. I don't know. So, dann schauen wir mal weiter. Hier ist alles clear. Vielleicht ist das noch in den anderen Hütten was. Vielleicht können wir da auch noch für ein Ausdusehen eintreten. Naja. Keine Musik. Aufnahme des Camps. Okay. Die hat ihn ja auch einfach mitnehmen können, um das denen zu geben. Die haben bestimmt so ein Fundbüro oder sowas. So eine Amtskiste oder so ein Schüsse. Aber nein, sie lässt es einfach genau da stehen. Und dann fährt sie jetzt zur Lob... Zur Lob... Zur Lobby. Äh, so zur Hütte. Nur um denen jetzt zu sagen, hey, da hinten an einer der Hütten lebt noch so ein Gerät. Bitte schaut da mal vorbei. So. Ja, nee, ist klar. Aber nochmal. Ich will zu gern schaukeln. Tatsächlich ist es auch immer so, wenn ich draußen bin und irgendwo so ein Spielplatz, wo keine Menschen sind, weil sonst ist es immer crazy, muss ich immer direkt schaukeln. Macht einfach mega Bock. Ah, Jacob plus Emma. Aha. War einmal durchgestrichen. Okay. Bist du denn auch behindert, Mädel? Hauptsache, sie findet irgendwo so ein Flaschal. Ja, wo irgendwas drin war. Gut, man hat jetzt keine Flüssigkeit oder sowas gesehen, aber da riechst du doch nicht dran. Vor allem, man lernt in der Chemie, dass man das so macht. So mit der Hand, so... Ne? Aber nicht direkt. Wenn da jetzt irgendwas ist, was dich betäubt oder sowas, kann ja sein, dass da irgendjemand so ein Betäubungsspielchen hatte. I don't know. Damit er halt irgendjemand mit flach liegen kann. Ich weiß ja nicht, was die hier so treiben. Und jetzt riecht sie da dran, kippt erstmal um und chauke auch kaum. Die fahren ohne sie. Wobei... Äh... Da will ich noch nicht hin. Okay, also hier in den Hütten ist gar nichts. Wie ihn ist. Schauen wir mal, hier ist ein Wegweiser. Was kann man da machen? Oh, bang. Was denn? Okio. Wow. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas, aber die haben ja hier einfach nur so ein... Das war wahrscheinlich so ein Projekt. So, jeder aus der Gruppe muss irgendwie ein Schild machen mit irgendeiner Stadt. In welche Richtung... Also zeigen, welche Richtung das ist und wie weit. Wow. Geil Beschäftigungstherapie. Alter. Das ist so cool. Schaut euch das an. Es gibt hier sogar einen Pool. Die haben schon ein Meer... Äh, ein See daneben. Ja, mehr. Hauptsache. Und da haben die sogar noch einen Pool. Das ist crazy shit. Kann ich da rein? Wir können ins Poolhaus gehen. Hallo, Zimmerservice. Schlüssel vergessen. Ja, ich hoffe mal... Ok, also hier ist nichts. Da hinten war ich schon mal. Da ist nichts. Gut. Mega produktiv, dass wir hier überall hängen gegangen sind. Alles angeschaut haben. Aha. Ja. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Shooting Stars. Caitlin ganz oben. Cracker Shit. Aber die sieht auch Bombe aus, muss man sagen. Keine Ahnung, wer Jayden ist. Jasny. Chapey. Ja, High School Musical. Das grüßen. Diesel. Ryan. Ryan ist auf Platz 6. Brooklyn. Jay. Idris. Kristen. Man kennt niemanden außer Ryan und Caitlin. Aber zumindest hat es Ryan auf die Liste geschafft. Geilo. Gut. Da würde ich sagen, wir haben alles. Wir haben alles extra nochmal angeschaut. Wir haben nichts vergessen. Okay. Let's go. Kann es losgehen? Hm. Los geht's. Ist so cool, dass die da so einen Golfkart haben. Einen Caddy. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend. Selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt vorspielen, nur du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Ja, Quick Time. Wir fahren mit nicht nur 20 kmh. Doch, die haut es fast aus der Kurve. Flink, Cowgirl. Bei Flinkst. Flinkst? Okay, dann. Rein hypothetisch. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot. Wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wait. Wieso ist dein Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind vier Staaten weit weg. Wer sieht's auch so? Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick. Habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich hab seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Tatsächlich, E-Mail kommt irgendwann noch in Mode. Wenn alle keinen Bock mehr haben, auf Discord oder WhatsApp oder whatever. Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Hallo, uns hat's gerade eben schon fast aus der Kurve gehauen, als wir mit 20 kmh entlanggetuckert sind und dem Stein ausweichen mussten. Wenn wir jetzt eine Siegesrunde fahren, landen wir am Ende noch im Graben und sind halbtot, weil es irgendeinen Kiesestein hätte. Ja, komm. Eine Siegesrunde muss schon sein. Ja. Sieg über was denn? Zwei Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, auflängend zu sein. Ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Ganz ehrlich, könntet ihr das? Zwei Monate ohne Technologie? Da muss ich immer dran denken, so. Ich bin ja gefühlt von Ende früh bis Abend am Rechner und am Skyschein rauchen. Aber jetzt zwei Monate ohne Rechner, ohne Handy, ohne... Gut, ist jetzt die Frage, ob Musik damit auch gemeint ist, ne? So iPod, iPhone, whatever, halt irgendwas zum Hören. Aber sonst könntet ihr zwei Monate ohne Technologie? Ich wüsste gar nicht, ob ich das noch könnte. Als ich klein war, ja. Da war das kein Thema. Da war Cello. Jeden Tag, wenn die Sonne geschehen hat, ab nach draußen. Aber heute... Man verlernt das so im Laufe der Zeit irgendwie. Das ist krass. Ähm... Wir haben es ohne... Was? Wir haben es ohne dich geschafft. Wie haben sie es ohne... Ist sie... Ist sie sarkastisch? Lassen sie mal sarkastisch sein. Oh, wir haben sie es zwei Monate ohne dich geschafft. Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. Ich bitte sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Äh, ja. Klingt gar nicht sarkastisch. Wir werden richtig überschnappen. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist... Ist das Rauch? Ja, doch. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Es ist wahrscheinlich nur Mr. H., der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Er verbrennt. Im... Wald. Holz. Nöschlau. Denn, Nick, einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick. Wartet. Alle. Stimmt. Das war's mit dem Video und wir haben jetzt noch so ein bisschen von dem Gelände gesehen. Wir haben noch zwei Personen, Abby und Emma, kennenlernen dürfen. Und vor allem haben wir ein Feuer auf der Insel gesehen, sowie einen interessanten Blick aus dem Fenster. Ob uns da vielleicht noch mehr erwarten wird? Ihr könnt gespannt sein. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns im nächsten Video von The Quarry. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Ich freue mich mega. Und ja. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.